Lisa ist es die Tochter, die Schwester von Bolli, die jetzt hier war. Die haben aber erst nächste Woche gesagt, Shake es später liegen. Das kann es auch nicht sein. Ja, die kann es auch nicht sein, weil der schlägt sich auch selbst an. Die kann ja nun mal gleich in die Kunden zurückgebotzen sein, wenn es wo auch zu ist. Sascha, ich bin eine Furze. Sascha...